Wir widmen uns dem nächsten und so kommen wir zu Billy Twomey und Jargilev. Und zählt förmlich mit für den Erfolg. Die reichsten Reitern, die wir hier mit am Start haben, nehmen Janne eben auch er ein Reiter mit ganz, ganz viel internationaler Erfahrung. 49,96 Sekunden. Das Ergebnis von Billy Twomey und Jargilev. Danke. Applaus